Kennst du den satten Hugo, du kennst den hungrigen Hugo? Kennst du den gesättigten Hugo? Ich kenn den Hugo. Nee, den kenn ich nicht. Das ist ein sehr, sehr guter Guy, let's go. Da war ich, hab ich getanzt, hast du gesehen? Ja. Ja auch, schon wieder. Du kannst auch gut tanzen, oder? Nee, 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 nee. Da, wo ich tanzen musste, da, wo ich tanzen musste, bin ich immer aus dem Club geflogen. Was läuft, was läuft, willkommen zum nächsten Video. Von den Besten gelernt. Der war sehr gut. Das war ne gute Note, Digga. Kommander Krieger muss ich eigentlich von Ehrenlernbahn wegtun. Ach lol, die haben das auch gemacht. Ich bin bei GetClaro. Macht schon coole Streams eigentlich, Digga. Bin ich nur GetClaro? Ja gut, der ist bei mir auch auf der 3, also das passt schon. Währenddessen bei Krieger. Ist das ein Livestream? Öfter die Kommander Krieger Streams reinziehen. Ja, vielleicht schon, ne? Wochenende! Wiese L***er, wie die in diesem Spiel spielen zum Teil, ne? Wenn die Regenbogengläser keinen Wert mehr haben. Ich hab zwei volle, ich hab zwei volle Säcke mit, mit fast nur Dosen. Ich halte hier gerade bestimmt 50 Euro Pfand in der Hand. Entspannt, Bro. Damit ihr versteht, mit was für Investoren ihr es hier zu tun habt. Fliegen lernen mit Papa Platte. Ey, ich bin fucking ready. Ladies and Gentlemen, welcome to the flight to Hamper. Oh, der Motor ist aus! Jetzt ist das Kabin gerollt. Schau, schau, ne, 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 ne. Okay, alright, das ist sehr, sehr realistisch. Hallo? Ich weiß nicht, wo du bremsst. Das erste hab ich nicht gecheckt, Digga. Das ist echt ein Problem. Oh, Junge, ist der geil bad. Wir bräuchten noch diese Power. Hallo? Vorsichtig, nicht zu tief, Rüdika. Oh, ho, 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 ho. Phil, ich glaub, das war bei der zweiten Landung. War alles perculated. Nein, wir sind so quer vor. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, we did it, Chad. Freunde seien durch dick und dünn. Alter, was? Alter, Junge. Kann man mit seinen Zuschauern einspielen, oder wie? Äh, ich glaube schon. Wie geil. Ist ja geil. Mit dem Motorrad bin ich ganz fix unterwegs, sag ich so, wie es ist. Nicht ein Unfall bis zum Casino. Das war kein Unfall. Der Song ist gut. Okay, hm, ja, da gibt's glaube ich keine Ausrede. Großbesuch im Casino. So. Oh, Junge. So, moin, moin. Salam aleikum, meine Freunde. Digga, das erste, was er macht, ist bei GTA Online ins Casino gehen, Junge. Erst mal gucken, wie... Bruder, ich weiß nicht, wie in der Kontostand aussieht. Wie gesagt, in der Schweiz hab ich geblootet. Oha, sieht sehr gut aus. Wann an den Automaten. Oh ja, ja, ha, ha, ha. 62 Mill in meine Tasche, Digga. Alter, was? Wie kann man... Wie kann man so spielsüchtig sein? Danny hat nen großen Kork. Jupp. War ein Zeichen der Nudelmäler. Oh Gott. Oh, geil, Digga, es regnet draußen. Ich weiß nicht warum. Aber ich hab wieder... Ah! Mein Gott, Digga, no way. Ich hab komplett meine Nudeln auf dem T-Shirt. Ich kann in meine Haare mal zeigen. Was sagst du? Antonia, an der Stelle muss ich auch... Antonia muss ich sagen, Antonia ist immer hart am Kumen. Ähm... Sie ist immer hart am Kumen tatsächlich. Ähm... Immer wenn ich irgendeine Story irgendwas poste, wo ich nach dem Sport oder sowas was mache, da schreibt sie auch immer ganz wilde Sachen irgendwie. Aber das finde ich auch persönlich gut. Was denn so zum Beispiel? Aber ist privat. Ähm... Warte... Hau mal raus. Ich hab geschrieben auf ne Story, Romatra ist so süß, dann schreibt sie, ja wirklich, du aber auch. Dann reagiert sie mit Flammen immer. Und dann schreibt sie, Daddy Revi, also Antonia... Alter, das ist schon süß, ey, das ist schon süß. Ist schon süß, ja. Waifu-Material, ne? Bitte? Waifu-Material, oder? Bitte? Flogen, die Zeit verging zu schnell, tausend Meter überm Boden. Danke für den Boardingpass, danke für die Pünktlichkeit. Drogen, mein Herr Officer, das hab ich heute nicht dabei. Was sagst du? Warte mal, ich hör dich auch nicht mehr. Okay. Willst du den Sprengstoff-Test? Frau Schmittl, nein, das hat nur Sigi, nehmt ihn doch fest. 7x7 ist 21, oder? Die halbe Schweiz will ein Foto mit Monte machen. Doch Monte bleibt knallhart und weist alle ab. Moin, Moin, Tahirn. Ich mach keine Fotos, Bruder. Nee, das weh, nee. Ich hab ein Foto aufgesteckt. Nee, 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 keine Fotos. Einfach wieder auf den Roller weiterfahren. Alles gut, danke dir, ciao, ciao. So ein geiler Assi. Das muss auch übel nervig sein. Ey. Monte zu sein? Ist das bei dir auch so, wenn du viel rausgehst? Also du hast wahrscheinlich auch immer angesprochen. Ja, wenn ich ab dem Hund gehe, wird man immer mal wieder gefragt. Ich glaub, es kommt halt darauf an. Also wenn ich jetzt wahrscheinlich einen IRL-Stream irgendwo machen würde, wär's wahrscheinlich nicht so extrem so. Aber es würden wahrscheinlich auch Leute hinterherlaufen und sowas. Was willst du machen? Also das passiert halt, glaub ich, ne? Danke, danke, danke. Aber bei ihm ist halt natürlich nochmal extrem. Du bleibst die Leute auch durch. Du bleibst die Leute auch durch und machst keine Fotos, ne? Nö, also gerade bei Corona und so ist halt sowieso mal schwer. Und ich hab eh mal ein Messer dabei. Und wenn man da zu nahe kommt, gibt's einen Stich in den Bauch, klar. Danke, danke. Zack, zack, zack. Blitzer. Was ist? Abbruch. Bruder, du willst jetzt den Wutterspruch hören, den werde ich aber nicht bringen. Du, mal was anderes kommen aus der Fortnite. Wir haben eine Mutter. Geil. Ich bin familienfreundlich aus dem Film geworden, Digga. Keiner hat ein Foto bekommen außer... Boah, jetzt bin ich hier lieb, Digga. Guck mal, weißt du was wir machen? Guck mal. Alter. Geil. Ja, Bro, Alter. Tobi, hör auf Feuer zu machen in deinem... ...zimmer, lass es. Tobi! Oh no. Oh oh. Rennig wie schnell. Tobi! Ist das Kaiser Wilhelm? Das ist nicht Kaiser Wilhelm, Chat. Oh, wie war das? War es gut? Oh. Das kam jetzt fucking unexpected. Digga, alle sagen Kaiser Wilhelm, er zieht diese scheiß Pickelhaube auf. Ich habe so ein Autisten-Mod... ...Rabenpärchen, die immer Rhandale machen. Einmal habe ich mich hier rausgelehnt, der hat so rumgekrecht... Kam ich hier rausgelehnt. Wie nochmal? Auf ihn gezeigt. Dich fick ich noch. Pass auf. Thomas war mein Mot... ...vor Carsten dir noch was antut. Voll frei! Man ist zwar im Ausland und auch nicht mehr in Europa, beziehungsweise schweiz gehört ja nicht zu europa sind ja eigenständig ja so würde ich jetzt also es ist halt also geografisch ist es schon europa es ist nicht teil der europäischen währungsunion ist es auch nicht schengen es ist glaube ich die schweiz halten und die ist unabhängig wie heißen die noch mal was heißt das noch mal es ist ja die haben so und die haben so doch es ist es ist schengen es ist kein teil der eu so rum sind wir eigenständig die war richtig streng bei der hast du dich nicht getraut zu stören im internet habe ich im unterricht ach scheiß drauf das ist gar kein bock danke für die hilfe jetzt nur ein 5er weil von dem rest habe ich zigheiten gekauft hey coco komm dafür dass du jetzt angefangen hast du rauchen entbann ich komm du bist du bist was war die nicht mit auf der liste ist ja schon es ist das liegt ja in der vergangenheit ach so ja schon vorbei scope im bussimulator nico bro es ist der bussimulator wie kann man den bussimulator kuhnen bussimulator bestes game bro ey na das klappe dir ja ich weiß nicht ich habe einen bus wenn du lust hast dann können wir mal zusammen mit dem bus irgendwo hinfahren ich bin rein und habe sofort den stream ausgemacht schilling danke preik das ist voll schwierig dass es information braut klein bleibt komplett bleibt gold und braut klein bleibt und Brautkleid bleibt Brautkleid. Pass mal auf, wie der echte Boss das macht. Blaukraut bleibt Blaukraut und Blaukraut bleibt Blaukraut. Oh, scheiße. Ah! Geil. Okay, wieder da. Wait a minute. Er macht einfach den Jogi. Ja, aber nicht geworfen. Das ist keine italienische Flagge. Das ist... Oh nein, ich bin dumm. Ist das Portugal? Kevin. Äh, weil... Das ist seitlich. Was? War das eine italienische Flagge? Ja. War die nicht hochkant? Ja, die war falsch aufgegangen, ich glaube. Oder könnte auch Mexiko gewesen sein. Und? Wer tötet jetzt wen, hä? Ja, boin, Bruder. Muss los. Ja, perfekt, Digga. Er macht mich wirklich heiskalt. Ich brauche eine halbe Stunde, um aufzustehen. Ja, lad mal nach. Wie kann man so schlafen? Äh, der spielt Videospiele seit 10 Jahren, ey. Und furzt komplett in seinen Stuhl rein. Oh, ey, ich sitze auf dem Stuhl. Ey, Mann, Danny, und ich frage mich, warum immer das Fenster kippt. Bruder, was ist das denn? Ey, das ist mein Stuhl. Auf dem sitze ich fast jeden Tag. Ah, ich habe auf dich gewartet. Der ist so geil. Ist das Tanzverbot? Oha. Nova, Alter, what the fuck? Die können ja auch einfach Nudeln mit Ketchup essen, Digga. Das juckt mich ja auch nicht. Aber auf jeden Fall weirde Menschen, die Nudeln mit Ketchup essen. Lasst euch gut gehen. Bleibt gesund in diesen Tagen. Isst deine... Oh, komm, ich will noch ein paar deutsche News kriegen.